Irgendeinen Sack hat er scheinbar. Ja, Mann! Komm! Oh mein Gott! Ey, wie jetzt? Oh mein Gott! 5 Flanke! Der haut jetzt mit jeder Flanke davor. Nein, nicht die ganze Zeit nur einmal davor. Alter, da ist 16 Stück. Ja, das kann richtig krank werden, ne? Richtig krank, ja. Das ist eigentlich jedes Ding. Halt eure Arme mit dem Treiber! Jetzt schon mega krank, digga. Ja, klar. Jaja, klar. Und wenn er jetzt nochmal direkt reinkommen wäre, digga. Muss man wieder weiter. Wieso? Wann wusstest du das? Oh ja, gut. Komm rein! Bus spins! Oh! Digga, das kann richtig krank jetzt werden. Ich weiß! Alter, komm rein! Ja, komm rein! Ja, digga! Noch mehr, noch mehr! Scheiße! Komm rein! Nice! Oh mein Gott, Alter! Die Menge nach! Ist die so zu einfach? Echt so? Jetzt können wir bald rennen doch. Ja! Oh, Alter! Oh! Wie vieler Finger ist da? Eine. Eine! Dicke, es sind zwölf Freespins noch. Ja, ich kann das. Wir können sogar eventuell noch mehr. So krank. Jetzt musst du noch mal reinkommen und die Rechte deinen Füll machen. Alter, das war so geil. Ne, unklapp. Alter, komm, mach die Rechte deinen Füll. Ja, das ist halt Kacke. Du musst jetzt, komm schon noch mal rein jetzt hier. Adler? Das ist ein Kopftuch, Digger. Hallo, er hat irgendwann Adler gesehen. Was ist los? Was? Das war RIP, weil die Line eh schon links drauf. Das wäre, Digger, dann wäre Ende gewesen. Da wäre eh das Bin mindestens 20 Tacos gewesen. Wir bleiben, oder? Was? Ja. Oh, nein. Alter. Digger, ich bin wiedergekommen. Wir haben insgesamt Freispiele gestartet. Ach ja, stimmt. Wir haben ja zweimal Freispiele jetzt gemacht. Ja. Nein. Bum ist vielleicht nice. Digger, es ist einfach jeder, jeder Spin mindestens 10, 15 Euro. Ja. Das mit 80 Cent. Ich bin jetzt einfach drei Wild Lines hintereinander. Dann ballern. Alter, 100, 160 Euro. Hey, unten, Klammer. Komm jetzt, komm rein. Komm, Fuchs. Füxchen. Nice. Aber wenigstens hier unten, die Dinger noch. Mit einer Full Line, komm schon. Okay. Ah shit, die Full Line. Rigged. Mein Heimer ist abgelaufen. Ach, jetzt mach. Digger, wenn jetzt hier unten die blauen Dinger noch mal hinkommen. Shit. Ich bin gleich wieder da. Echt mal, da kannst du mir wenigstens meine 25 Euro hinterlassen. Digga, er hat schon eins fertig. Mein Gott. Was war das, bitte? Das war krank. Ich glaube, aber der Slot ist jetzt nicht mehr, der ist jetzt RIP, glaube ich. Aber das Insta 2 kam, weil es dann nochmal zwei und dann die Mitte noch. Denny, jetzt muss ich... Also jetzt hinterlässt du mir auf jeden Fall die 25. Also, eins auf. Digger, halt dein Maul. Hör da vor. Ja, gerne vorhören. Hör da. Denny, kannst du bitte kurz warten? Freispielen starten. Und ich muss nochmal schnell, äh... Digger, halt... Digga, ihr habt es richtig kaputt. Und jetzt nochmal fünf Mal, komm. Ja, was? Digga, kannst du kurz warten? Ja, mach. Als ob das... Ja, meine Calls sind es halt einfach. Ich krieg mir nicht ein, ey. Als ob das zweimal hintereinander voll mit Freispiele sind, ey. Als ob! Ey, jetzt mach nicht diesen. Ey, jetzt mach nicht diesen. Komm ein. Ich dachte, der konnte mal jetzt anfangen. Ja, immerhin, Daniel. Ganz ruhig, mate. Da kommt noch was. Egal, jetzt krieg ich auf jeden Fall einen Schuss. Ja, ja. Ja, einfach. Jawoll! Gleich hier ne Fullline. Kann wieder krank werden. Ja, das kann wirklich wieder nice sein. Muss halt jetzt... Muss halt jetzt nochmal hier oben übel reinballern. Dann ist halt wieder GG. Nice. Zwei von eins. Nice. Alles ist fettkott. Auf jeden Fall. Nur zwei von eins. Ja, ja. Er kommt jetzt auf jeden Fall immer als Big Win rein. Ja, Alter. Wenn du das die ganze Zeit anguckst, wirst du aber auch blöde. Komm nochmal rein, Funktion. Komm. Ja! Jawoll, Alter. Jetzt Baller rein. Ah, schlecht. Jetzt werden wir jetzt nicht. Also, also die ganze Fullline. Ja, mein, muss los. Ja! Muss los, Digga. Komm, ist von der Weizen. Jawoll. 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 Ich kann mir gut vorstellen, dass es viel wird jetzt. Also, ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen ansatzweise neuen Lieblings-Slot. Ja, würde ich auch mal sagen. Also, der konnte nicht mehr älter. Egal, Danny, wenn ich jetzt keinen Schuss kriege. Ja. Also, halt mal fest, wenn unten die Line Wild ist, dann sind wir reich. Ja. Oh, eins. Gerade. Komm, rein. Komm rein. Aber auf Premium-Symbol. Ach, Danny, Alter. Also, ich hätte nicht gedacht, wie es dann angefangen hat, dass es jetzt so in Fahrt kommt. Das sind ja wieder perfekte Lines, ne? Du warst komplett überall. An den Seiten vor allen Dingen. Ich habe gerade nur so durchs Deckel gegangen. Ja, ne? Komm, ich weiß. Huuuuh. Nein. Das ist fantastisch. Ich habe mich eben da wieder in den Kurs. Ja, ja. Und uns auch. Die ganze Zeit über 50 Euro. Also, das kann man eigentlich noch als Back-to-Back ansehen, ja. Das ist einfach nur krank. Er kann doch jetzt mal langsam mal reinkommen. Komm. Komm, ich weiß hier. Ah, nee. Ja, nee. Aber ich finde es ein bisschen, also, sie hätten das Hochzählen etwas schneller machen können. Ja. Ganz ehrlich. Also, hier jeden Euro, jeden Cent durchzählen. Das nervt schon auf Dauer, wenn das so. Also, ich meine, nee, nervt es nicht. Ich finde es, das wäre nice. Also, ich muss los, Danny. Ja, ich komm. Komm. Let's spin. Komm. Dann guckst du, wenn ich nochmal reinkommen. Ne. Oh, halt nicht mehr weiß. Oh mein Gott. Das ist gar nicht so. Ja, ja. Deja, muss los. Das sind einfach nochmal 90 Euro oder so. Keine Ahnung. Nein, das ist ja schon mal cool. Okay. Das ist ja schon mal cool. Also, ich muss, kann nichts mehr sagen. Ey, jetzt noch den Jackpot. Das ist ja schon mal cool. Ja, schluckstluckst